Die Küstenlinie ist mehrere Meilen lang. Wir müssen jeden Zentimeter erobern. Wir haben die größte und mächtigste Seestreitmacht für diesen Angriff bereitgestellt. Commander, koordinieren Sie die Taskforce sehr vorsichtig. Unterstützen Sie die Landung und nehmen Sie die feindlichen Basen möglichst schnell ein. Setzen Sie die Landungstruppen in Marsch. U-Boot meldet sich. Hornet gefunden und versenkt. Sie wird künftig keine Rolle mehr spielen. Northch. Es geht um einen Raum, der sich vorstellt. Wir müssen auch ein Schwerpunkt enthüren. Unsere Ziele ist ein Schwerpunkt, der sich hier bürgen ist. Feindliches Kampfflugzeug im Anflug. Alle Mann auf Kampfstation. Alle Mann auf der Kampfflugzeug im Anflugzeug im Anflugzeug im Anflugzeug im Anflugzeug. Alle Mann auf der Kampfflugzeug im Anflugzeug im Anflugzeug im Anflugzeug. Das war's für heute. So, Nahzeichen. Feindliches U-Boot nähert sich. Kurs verfolgen und bei erster Gelegenheit versenken. Wir dürfen keine Schiffe durch Unterwasserangriffe verlieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir wurden mehrmals getroffen. Sieht nicht gut aus. Wir wurden mehrmals getroffen. 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 Wir haben mehrmals getroffen. Wir wurden 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 mehrmals getroffen. Wir haben mehrmals getroffen. Wir wurden 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 mehrmals getroffen.